Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play, The Last of Us Part 9. Ich bin auch ein Voldy Boy. Ja, wir sind ja hier in Lincoln, wir haben den Bill kennengelernt und er ist ein sehr spezieller Typ. Ellie musste da schon die eine oder andere Erfahrung machen mit ihm. Er ist gar nicht gut, auf sie zu sprechen. Ja, wir sind ja hier in die Falle geraten und es war ziemlich krass, so Kopf über die ganzen Zombie-Horden zu besiegen. Es war aber wirklich auch sehr spannend. Okay, wir sind hier im Hauptquartier von ihm. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es hat hier ein wenig Loot gehabt und ich habe Verbesserungen bekommen. Unter anderem Messer kann man jetzt zweimal benutzen. Ich habe schon alles zusammen gesammelt. Wir können gerade loslegen. Wir sollten ja Autoteile finden. Und die sind irgendwie in der ganzen Stadt verstreut. Okay Ellie, los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung! Bleib dicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Du hast nicht übertrieben. Ja, er ist einmalig. Und wo ist Seth? Das ist dein Job. Eine einfache Lieferung. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Haha, du mich auch. Na ja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein Zweitversteck. Eher ein Waffenlager. Äh, was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill! Komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst weg. Da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Klare Ansage. Und wenn du noch ein Zweites versteckst, umso besser. Da drin ist was. Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch alle. Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja klar, beschäftigt. Ah! Hört sich! Es gibt Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Okay, dann mal los. Ja, wenn du wüsstest, Bill. Tess gibt's leider nicht mehr. Aber wir können dir das jetzt nicht auf die Nase binden. Ich denke, du bist schon genug gefordert, durch das, dass wir überhaupt bei dir aufgetaucht sind. Ich bin jetzt schon sehr gespannt, was passiert, wenn wir hier rauskommen. Ich bin fast sicher, dass da aussen schon wieder hart zur Sache geht. Und, äh, warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß, warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. Was ist das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt nochmal! Ich bin Vierter! Mist! Macht euch bereit! Jetzt muss ich schon wieder meinen Knebel brauchen, Mann, wo ich erst gerade aufgewertet habe. Und das Messer muss ich auch noch verschwenden. Okay, Knebel hat sich aufgelöst. Okay. Ich muss die Barrikaden prüfen. Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es bereuen. Du weißt, was das heißt. Das ganze Zeug aus dem Lager holen und zum Osthaus schleppen. Mal wieder. Und dann muss man... Bill! Joel! Hier lang. Und weiter geht's. Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Weisst du, so schlimm die Dinger sind, man weiss, was sie wollen. Die normalen Leute machen mir Angst. Gerade du solltest das verstehen. Was soll das heissen? Gar nichts. Genau! Hält sie das Tor wirklich auf? Tja, es ist zu. Sie haben keinen Schlüssel. Das ist eine Kirche, hä? Da? Also, wo lang? Wir sind da. Es ist im Keller. Okay, hier runter. Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Na dann mal los. Ah, ah. Was? Ich brauch ne Waffe. Brauchst du nicht. Joel. Ich komm schon damit zurecht. Nein. Du... Du bleibst hier. Pff. Toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du hier hattest. Tja. Was kommt denn? Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg. Lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du. Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an hab ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genau so. Hey! Was hab ich dir auf der Treppe gesagt? Was hab ich gesagt? Ich räum dir doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Bagger hast, wird dir das irgendwann das Genick brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Okay. Neue Waffe. Schrotflinte. Sehr nice. Merci Bill. Das ist eine Nagelbonde. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Ja, ich kenne deine Fallen. Ich bin gut, nicht wahr? Okay. Sehr nice. Ich denke, das werden wir gut brauchen können. Und auch der ganze Lut, der hier rum ist. Vor ein paar Monaten fuhren sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt. Die belagerten den Truck. Der fährt prompt gegen die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten hier. Aber scheiss drauf. Joel braucht ein Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee. Die Trucks sind wie Panzer. Sie wartet auf uns. Das könnte klappen. Doch. Ich denke auch, das ist ein guter Plan. Hier haben wir eine Werkbank. Jetzt sollten wir uns schon einmal verbessern. Für die Schrotflinte. Nehmen wir mal etwas. Das Zielferdrohr sollten wir unbedingt für das Jagdgewehr nehmen. Es ist sehr effektiv. Panzerbrechende Munition können wir leider noch nicht haben. Magazinkapazität. Geht hier leider noch nicht. Aber hier. Den Rückstoss kann man noch verbessern. Und jetzt könnten wir hier bei der Waffe noch etwas machen. Ah, ich wollte eigentlich die Magazinkapazität nehmen. Aber das ist ja gleich. Auf jeden Fall haben wir jetzt einige Verbesserungen gemacht. Leider sind die Verbesserungen nicht allzu effektiv. Trotzdem besser als gar nichts. Ja, der Joel steht da irgendwie im Kreuzfeuer. Ja, zwischen dem Bill, der so extrem ruppig ist. Und der Ellie, der aber auch so extrem grosse Klappe hat. Am besten gar nichts zu sagen. Wow. Cool. Sogar eine Kirchenorgel. Okay. Okay. Zeit zu packen. Ellie, komm schon. Dort. Da ist die Schule. Okay. Bereit? Reden wir sehen. Ja. Wir sind bereit. Na komm, du musst dir das nicht noch angucken. Ist er nicht. Wenn du meinst. Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus. Der Friedhof. Mühen wir durchqueren. Sei durch. Das gefällt mir gar nicht. Aber da müssen wir durch. Wortwörtlich. Alles voll mit Klicken. Wahnsinn. Ich glaube das sind mal schöne Frauen gewesen. Ist allerdings schon lange her. Hier jetzt glaube ich nur noch einer. Mist. Verschlossen. Moment. Ich habe einen Schlüssel. Ja. Wir sollten sehr leicht sein. Ja. Das sollten wir auf jeden Fall. Ganz ruhig. Okay. Ich glaube ich nehme mal einen. links von dir. Okay. Gut. Dann habe ich die Eisenstange gefunden. Perfekt. Okay. Da unten ist glaube ich auch noch irgendwo einer. Ich höre da noch einen Klicker. Meine Güte. Wo kann man denn hier her? Gibt es ja nicht. Okay. Da hat es noch irgendwo Munition gegeben. Da habe ich gemeint. Ja. Oh. Schnell durchlaufen. Schauen. Was es so rum hat. Oben kommt man eh nicht zu suchen. Hier hat es noch etwas. Schauen. Ob wir noch ein Messer herstellen können. Und dann geht es schon weiter. Durch die Fahrgärten. Schnell schauen. Da klickert schon wieder irgendetwas. Ich habe das Gefühl. Ja. Ziemlich gefährlich. Ja. Die müssen wir ja nicht alle erledigen. Oder? Ja. Okay. Bill hat sie natürlich angegriffen. Klar. Ich hätte sie jetzt in Ruhe lassen. Ja. Aber solange wir im Team sind. Ist ja das kein Problem. Also äh. Also im Alleingang. Hätte ich das jetzt besser nicht. Wollen. Machen. Als Belohnung. Gibt es noch Verbesserungen. Da sagen wir natürlich nicht. Nein. Viele haben wir natürlich auch noch nicht bekommen. So. Man sollte auch schauen, dass man den Bogen ein wenig mehr benutzen kann. Okay. Wo geht es weiter? Hier lang. Sie ist von drinnen verriegelt. Wie wäre es denn damit? Was? Die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. Okay. Okay. Lupf sie doch nicht noch drauf, Ufer, Bill. Wollen wir noch mehr von diesen Clicker-Dingern. Oh, scheisse. Sie haben uns nicht gesehen. Wir in Deckung bleiben. Und dich? Was? Alles voll mit Clicker. Das darf doch nicht wahr sein. Was liegt denn hier noch? Oh, das muss ich haben. Okay, los. Hoch jetzt. Aufs Wohnmobil und rüber. Das sollte reichen. Na los, na los, na los! Kannst natürlich noch ein bisschen Leute schreien, Bill. Okay, hier ist noch ein Baseball-Schläger. Da ist der Truck. Rangt aus der Schule raus. Na los! Ja, das sieht ganz gefährlich aus. Sagen wir mal. Schauen wir mal, wenn wir wenigstens mal einen ausschalten von denen. Nein, das ist schon gesehen, Mann. Ah, das ist manchmal so mühsam. Ehrlich. Okay. Der Knäbel ist schon wieder kaputt. Zum Glück hat man wenigstens noch unsere Fäuste. Ich sollte mich unbedingt auffüllen. Nein, es geht wahrscheinlich näher. Ich muss warten. Nein. Wow, Bill. Meine Güte. Das nehme ich konsequent, ey. Okay. Das war gut mit Luschangriff und so. Ah, Mann. Okay. Schnell auffüllen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, das hat da vorne noch mehr von diesen Sachen. Ich habe gerade mal 11 Schuss hier. Wie sieht es mit Messer aus? Haben wir genug, aber Gesundheit muss ich noch haben. Immer schauen, dass man genug Messer hat. Das ist ganz wichtig. In diesem Spiel sind Messer an und an. Oh nein, nicht schon wieder, Mann. Das ist noch irgendwo ein Klick. Achtung! Nur wenn ich zu viel Munition brauche für die Sierke. Scheiss Infizierte! Das war einfacher als gedacht. Sie müssen woanders stecken. Wir sollten nichts riskieren. Wie kommen wir rein? Da liegt eine Leiter auf dem Bus. Hilf mir da hoch, dann hole ich sie. Sei vorsichtig da. Danke, Bill. Danke, Bill. Alles okay. Wir müssen nur zur Motorhaube kommen. Nur ist gut. Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn wir hier runterkommen, Mann. Hört ihr das? Sie kommen. Schnell jetzt, Kleine. Oh mein Gott. Wir müssen uns bei der Batterie schauen. Und wir fahren, dass wir hier wegkommen. Oh Mist. Wir drücken gegen den Zaun da drüben. Er hört sich lighthouseen. Wir müssen da rein, um an die Batterie zu kommen. Los, Bill! Ich hab's. Durch das Fenster, schnell! Joe, da kommen wir rein. Kratsch! Acht! Los, komm! Shit. Das hört sich halten. Bill, jetzt beeil dich. Hilf mir. Bist du jetzt so weit? Was? Es ist leer, verdammt. Bill, wohin? Bill, wohin? Erstmal weg hier. Wir müssen rausgehen. Komm mit. Okay, Satz mit X war wohl nichts. Das Problem ist, wir haben zwar den Truck gefunden, aber er hat keine Batterie drin gehabt. Nein, nein, nein. Wir sind ja jetzt hier in der Schule. Und ich muss euch eins sagen, das ist hier eine ganz krasse Sache hier. Ich würde mal meinen, wir machen hier definitiv einen Break. Und zwar sehen wir uns zum Let's Play The Last of Us Part 10. Ich bin auch ein Woldiboy und wenn es euch gefallen hat, hinterlässt mir doch bitte ein Like oder schreibt etwas in meinen Kommentaren. Und wenn auch mein Gameplay ganz gesundes fasziniert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr Abonnenten werdet. Bis die Tage. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch. Untertitelung des ZDF, 2020